So, let's go later and gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Ja, zurück. Ich bin immer noch genervt, immer noch total genervt. Ja, du, weißt. Ihr wisst noch, unser toller Speicherpunkt. Wenn ihr es nicht wisst, eine Folge zurückschalten. Okay. Okay. Das ist das. Ach, 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 genau, 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 genau. Ah, ja, ah, ja, 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 ja. Stimmt, ich vergaß. So. Ja. So. Ich hab keine Midi-Packs mehr. Oh, das ist. Das ist schön. So, nie wär's mit sterben. Ah. Dankeschön. Sag mal, da ist der Nächste. Der ist. Wir verlieren Loppa. Okay, okay, okay. So, bist du tot? Bist du tot? Ja, ja. Ihr seid alle verflucht. Dieser Mistkerl hat einen von uns erledigt. Das ist mir so egal. Ach so, da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Das kann nicht euer Ernst sein. Was war das denn? Was war das denn? Was ist da schon wieder für ein Scharfschütze? Oh, oh. Ich geh mal davon aus, dass ich... ...meine Ding anziehen muss. Nein, ich tu nicht. Hände hoch machen. Alter. Okay. Verstanden. Ich hab's verstanden. Nein, 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 nein. Hab ich immer noch nicht. Okay, gut. Ey, der Typ ist so hart. Behalt die Granate bei dir, bitte. So, jetzt, du kleiner verdammter Mann. So. Kann ich eigentlich mal meine schöne Maske mal auswechseln? Die ist langsam verbraucht. Muss ich da hin überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hab kein... Ja, ich muss da hin. Ich muss da ganz offensichtlich hin, weil sonst wird dieses Speichersymbol niemals kommen. Kann ich das dazu wieder machen? Nee. Natürlich nicht. So. Oh, ja. Oh, kann ich spielen, bitte? Ja! Shake your booty. Ähm. Ja, sonst ist ja nix... Ah, Meatpacks. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na ja, Blut. Los! Oh Gott! Oh! Okay. Oh. Ach so, das waren keine Freunde. Natürlich waren das keine Freunde. Ui. Das ist nicht so cool. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Ich bin kein roter Spion. Oh mein Gott. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Ich hab alle umgebracht. Ich hab alle umgebracht. Ich hab alle umgebracht. Ich hab alle umgebracht. Schau nicht so... Boah, der schaut so komisch. Au. Gutes Argument. Also gut, du rote Abschaum. Bitte zu deinem Marx oder sonst wem. Was zum... Tja, ich glaube, mein Gebet ist da. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Und... Und zwar sie. Wow. Nicht schlecht. Der war bestimmt Akrobate in einem Zirkus. Halt nicht mit Messern, sondern mit Luftballons. Nein, das machen Clowns. Ist das Khan? Nein, das ist nicht Khan, oder? Jingles? Das ist Khan. Das ist ein Klischee. Ein Klitschi ist das. Khan, grüß dich. Oh, erst mal. Einen ordentlichen Schnaps. Ja. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein roter aus. Das ist doch nicht Khan. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichner. Ich bringe dich besser zu mir, Larry. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Ja. Wow. Scheint ja jeden zu kennen, diesen Hunter. Also es ist nicht Khan. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Alles klar. Puh. Pavel. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dreisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Ah, schon wieder so. Was ist mit dem Auftrag? Auftrag. Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig, der Autist. Oh, nice. So. Na, die sind nicht mal ganz so kaputt. Außerdem kann ich das raustun. Brauch ich nicht. Danke. Trotzdem. Skelett. Zwei Skelette. Skelett-Paar. Äh, genau. Gut. Hier kann man das aufmachen, ne? Ist ja witzig. Gut, dass ich das jetzt weiß. So, ist irgendwas Böses oder... Oh. Noch mehr Tote. Das wird auch irgendwann mal ein Skelett-Paar. In Metro 2034. Nein, nein. Metro 2044. Hehe. Da... Wow. Ach so. Wow. Du solltest das Geschütz bemannen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Bitch, please. Also, Leute. Ich habe keine Hoffnung, die ich auch nicht verwendet habe in einem Spiel. Nur bei den Flammenwerfer spontan fällt mir das nicht an. Aber okay. Oh. Boah. Nicht schlecht. Boah. Also. Nur? Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Okay. Ruhig bleiben. Dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Okay. Wahrscheinlich schießen. Okay. Ah. Ist das laut. Drücke E. Tut mir leid. Tut mir leid. Und wieso kann man nicht da aufrufen? Okay, das ist sehr nervig für dich. Für euch und für mich. Oh, darf ich den abknallen? Oh, ich würde die zu gerne alle abknallen. Oh. Vor allem der, der so im Rampenlicht steht. Der meint, der ist was ganz Besonderes, ey. Und dich auch. Ganz ehrlich, ey. Nein. Denkt ihr nix, dass dieses Ding nur auf dich zielt? Nein, denkt euch nix. Oh, da ist noch so eine Maschine. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Tja, Neuanweisung vom Chef. Wir, wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen muhen. Müssen muhen liefern. Die haben ihre Mun-Lieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bewandeln! Ich will es erschießen. So. Tut mir leid. Oh, oh, oh. Oh je. Das ist zwar nicht cool. Tja, tot. Ganz, iiiiih. Der wurde überfahren. Von einer Maschine. Ist vorne was, oder? Oh, da kommt bestimmt wieder was. Oh, Zusammenstoß. Oder auch nicht. Oh, boom. Das ist keine Michael Bay. Oh, das hört sich. So, alle tot. Tot, 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 tot. Das hat sich gerade irgendwie angehört. Niiiinks. Ja, genau. Bleibt einfach stehen. So bleibt es stehen. Es gibt doch nichts Blöderes, oder? Ach so. Oder muss ich da durchschießen? Ah. Was ist denn da? So. Tot. Au. Muss ich da freischießen, ne? Wahrscheinlich muss ich da irgendwie freischießen, ne? Na, sag ich doch. So, jetzt aber. Ja. Gerade so. Boah. Sehr ehrlich. Hier wird mir ja nur penetriert. Und wieder. Sag mal, wie viel Wagen habt ihr, ey, Mädels? Tja. Oh. Ohne Schützen fährt sich's immer ganz schlecht. Oh, jetzt bleibt er stehen. Oh. Dann ist bestimmt wieder vor uns was. Oh, oh. Das sieht ja nicht gut aus. Oh, 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 oh. Oh. Was? Ach du. Ja, gut. Dagegen kann ich jetzt nicht viel ausrichten, ne? Oha. Das war knapp, ne? Aber wir haben's geschafft. Nach vorne stehen wieder welche. Achtung, Achtung. Heiß und tödlich. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Was, was? Wo? Hinten links? Oder vorne links? Was ist überhaupt links? Natürlich ist es links. Ja, ja, komm her, komm her. Na ja, komm her. Kann man jetzt einschießen, ne? Schade, kann man nicht. Aua. Was geht mit dir ab? Okay. Böse. Ja, der rammt uns. Ja gut, kann nichts machen. Wow. 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 Das ist aber... Sieht nicht gut aus. Verdammt, eine Planiere. Was? Oh nein, ich will dir so ein Panzer, oder? Hä? Oh. Hehehe. So, und jetzt? Okay. Auf die? Auf welche Stützen? Auf welche Stützen? Uhuhu. Wow, cool. Schick. Nicht schlecht. Was ist eben mit dem anderen Typen, der da geblieben ist? Was macht der jetzt? Der macht da jetzt? Gesetzt sich durch den Skelettpaar oder was? Oh. Oder? Was jetzt? Oh nein. Das war's? War okay. Gut. Oh je. Ich hoffe, du kettst dich da aus. Ich vertraue dir. Muss ich da jetzt? Natürlich. Ach, meine Güte, was ist das denn? Ah, ah. Du gehst voraus. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Wie immer halt. Achso, kann ich dahinter gehen? Verdammt. Was denn? Warum muss ich dann schon wieder vorwärts gehen? Ich höre es doch schon wieder, dass da irgendwas Böses im Busch ist. Da ist irgendwas Böses im Busch. Irgendwas. Da schaut er. Da hackt schon wieder ein Skelett. Schon wieder alles klar, ne? Schon wieder so ein Skelett, wo es sein Partner ist. Diesmal gibt es keinen. Ah, jawoll. Gut, gut. So. Lichtschalter kann man nicht benutzen. Schade. Oh. Das Depot. Oh, ist das ein Monster? Wieder einmal lag ich falsch. Yippie. Wow, guckt euch mal. Guckt euch mal, wie wir schon gereist sind. Das ist ja ganz schön viel. Von einem Ende zum anderen. Ha. Tja. Na, wir machen uns eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Metro 2033 mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben. Und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!